warum tut uns die sonne gerade überhaupt nichts alter grabschein mary engelwood geborene white care ein verwandt ok mit damal an was scheint ja heilig zu sein weil hier sind überall kreuze geht hof alles ordentlich zu robin engelwood überall der name engelwood also an zwei grabsteine jetzt auch doch keine alphawand ich dachte es wäre eine alphawand ok 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 ja dann gehen wir mal hier rum da kommen wir anscheinend nicht rum maybe it's just my imagination aber ich denke ich rieche ich rieche Elisabeths parfum sie muss hier irgendwo sein mit der brief london 4 august 65 verehrte lady ashbury haben sie vielen dank für ihren jüngsten brief und all die guten neuigkeiten von denen er zu berichten wusste ich kann es kaum erwarten sie endlich kennenzulernen wenn sie in london eintreffen der garten liegt unter dem sommerhimmel wunderschön da ich habe aber nicht vergessen dass sie aufgrund der anfälligen gesundheit hitze und direktes sonnenlicht zu vermeiden wünschen sie sind jederzeit willkommen wir können dann über die wundervolle idee sprechen ein weißen haus für junge damen nach dem vorbild des französischen nächsten royal de saint louis leider wurde dieses jahr geschlossen als die franzosen sich entschieden oh gott ich will diese worte gar nicht zu papier bringen den könig den kopf abzuschneiden für einen solchen ort der begabten aber armen weisen mädchen zugang zu guter bildung gewähren würden können meine freunde hier in der stadt sich mit sicherheit begeistern sie können darauf zählen dass ich sie mit einem einfluss dabei unterstützen werde ihr vorhaben vor allem großen erfolg zu machen hoch ist uns voll gräfin alexandra somerset alexandra ok porträt von elisabeth blackwood von jan wer mehr 1966 abschrift eines briefes schloss ashbury 21 september 1795 verehrter mc allister als neu rechtmäßige eigentümerin des ashbury anwesens möchte ich schnell die überfällige instandsetzung und reparatur der mauern sophie der krypta des schlosses in angriff nehmen nur wenige architekten hatten sich um vorschläge hatte ich um vorschläge gebeten doch ihr respektvoller ansatz bezüglich der renovierung historischer gebäude und ihrer er erhaltung hat mich am meisten beeindruckt es wäre mir eine freude sie zu treffen wenn sie zeit fällen ich habe nur eine bitte ich möchte mit ihnen persönlich und nicht mit ihrem assistenten sprechen nächsten monat wäre ein treffen möglich jeder abend ist mir recht sie können zum schloss kommen oder ich kann sie in ihrem büro aufsuchen wie sie wie es ihnen beliebt wenn sie zum schloss kommen sollten könnte ich ihnen zeigen welche rabatturen und wahrscheinlich aufwändigen veränderungen ich für die krypta im sinn habe mit hochachtungsvollen grüßen lady ashbury wie die meisten kasteln haben sie eine krepte und sie hat etwas spezielles drin Elisabeth, meine liebige du kannst meine portrait schmerzen über dich während du schlägst ich bin flotter das kassel ist falling apart wird von lady ashbury in paris 1888 sieht aus wie goch das sieht aus wie van goch lady von porträt von lady ashbury von vincent es ist von vincent es sieht sehr ähnlich aus neuer brief unborough sanatoriums schottland 27 juli 1909 beerte lady ashbury ich danke ihnen für ihre vorherigen briefe und die leidenschaftliche diskussion über voll volkstümliche vampir vorstellungen ganz offensichtlich sind wir einer meinung dass ein wissenschaftlicher moderner ansatz hinsichtlich des verlangens nach blut und der heilung der abhängigkeit notwendig ist ich muss gestehen bei unserem treffen im dunborough sanatorium hat mich ihre freundliche art sowie ihr gütiger umgang mit den armen patienten beeindruckt ich war hoch erfreut als ich vom führungsposten seit seiner gründung von ihnen finanzierten pembroke hospital las ich habe einige tage lang überlegt und möchte ihnen mitteilen dass ich ihr angebot gerne annehme es bietet mir die gelegenheit nach jahren als staatsdiener im schönen aber deutlich ruhigeren schottland endlich wieder durch die geschäft geschäftigen straßen londons gehen zu können ich freue mich sie dort zu treffen und weiter mit ihnen über die unsterblichkeit ihre vor- und nachteile und unserem nächsten treffen und mögliche verbesserungen ihres zustandes diskutieren zu können unserem nächsten treffen sie sehe ich freudig entgegen mit hochachtungsvollen grüßen dr edgar swansea ok liebe swansea dokument aus dem jahre 1907 in fairness 18 april 1907 sehr geehrte lady ashbury hiermit bestätige ich ihnen dass meine männer am nächsten montag zu ihrem schloss kommen um mit den neuen arbeiten an der krypta und ihrem zugangsbereich zu beginnen pläne sind abgesegnet und ich werde persönlich vor ort sein um den einbau der von ihnen erbeteten schlösser und sicherheitsvorkehrungen zu überwachen seien sie außerdem versichert dass meine männer die anweisungen anweisungen haben niemals die krypta selbst oder den ersten stopp des schlosses zu betreten ich muss zugeben dass ich stolz bin die arbeit fortsetzen fortzusetzen und zu verbessern in meinen großvater damals 1795 wie ihre vorfahren begonnen hat hochdachungsvollen grüßen engels mc allister ist er denn ist das ein kamin okay diese alte schrott putze hier der typ sieht ganz und gar nicht gesund aus ok da ist noch einer was muss das was sind diese symbolen ich kann ein mechanismen aber es funktioniert nicht keiner will gemerkt haben dass mit dem was nicht stimmt ja was mit dem ist alles gut nein 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 damals war das glaube ich gesund ungesund auszusehen oder kann das sein Żebe Kol Tech 2 3 5 6 6 3 4 naja ein bisschen blass nein galt als vornehmen aber so blass ich weiß ja nicht war schon bläulich ja tot war das neue lebend dieses gemälde sich verdächtigt hä welches gemälde von weg was was wir fressen ratte und sie sagt das gemälde sie sagt und er sagt das gemälde sieht aber verdächtig aus na klar macht sinn aber wir haben ja noch gar nicht alles gesehen und gefunden wo das hier red queen altes dokument in finesse 11 februar 18 7 verehrte miss ashbury sie hatten mich um die überführung eines großen sages von der temple church in london in die krypta von schloss ashbury in schottland gebeten ich freue mich ihnen vermelden zu können dass ihr ersuchen endlich genehmigt wurde meine kutscher wurden darüber informiert dass er sagt aus sicherheitsgründen stets von wachen geschützt werden muss sie haben diese person angeworben sie haben diese person angeworben und sie werden uns in london erwarten außerdem wurden sie informiert dass die kurze flüsse nur überbrücken niemals aber rot passieren darf das wertvolle holz des sarges und die relikte in ihm auf keinen fall feuchtigkeit und dass sie ab ausgesetzt werden dürfen ein ausführliches angebot für den gesamten auftrag liegt diesem brief bei nach erfolgreicher vervollständig vollständiger zahlung können wir umgehend in london aufbrechen mit vorzüglicher hochachtung samuel samuel lewis selbstständiger unternehmer war das nicht der das gemälde leuchtet du meinst wegen die kerzen warum teleportierte sich jetzt einfach darunter ich weiß es nicht schwert und schild ja ernehm und 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 ich rede natürlich vom mond jetzt lockt all right so von hier kam ja schwert und mond ja ja okay ich weiß okay das heißt ich bin schon schild sorry ja alles gut so okay wir haben und schwert 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 ich gehe mal runter das ist bestimmt die krypter uralter foliant 12 17 mir ist ein engel erschienen gelobt sei der herr michael erschien mir letzte nacht in seiner ganzen herrlichkeit in prachtvoll blutigen in prachtvoll blutiger gestalt um mir in der abendämmerung meines daseins das ewige leben zu schenken die erscheinung war so erhaben und schrecklich dass ich nicht anders konnte als man haupt zu senken und meine augen zu schließen getroffen vom göttlichen geschenk sank ich zu boden und erwachte erst am nächsten abend du wirst mit ihnen wie du dein könig dient ist sagte der engel ehe er mich mit seiner geballten macht niederstreckte du wirst dieses land in den kommenden äonen beschützen von nun an soll ich mich vor allen verbergen die mich kennen damit sie mich für tot halten bald werde ich der gesellschaft der menschen entsagen um mein eigenes um mein neues um meine neuen ziel zu dienen gelobt sei der herr leute ich muss mal ganz kurz vorhin ich bin gleich wieder da 1350 letzte nacht erschien mir michael in meinen unterstuf unter dem unter der tempel church und trug mir auf mich auf einen kampf vorzubereiten das land muss gerettet werden der tod ist überall der schwarze tod eine epidemie die der teufel selbst geschickt hat um die sterblichen auf der ganzen welt zu bestrafen bin gewappnet im namen gottes werde ich die feinde der menschheit vernichten england wird obsiegen ok 1569 mein kampf gegen den teufel tobt nun seit beinahe seit 20 jahren was mein kampf gegen den tod tobt nun seit beinahe seit 20 jahren und sein ausgang ist ungewiss und zeit zu zeit bricht die pest der schwarze tod in einem dorf oder einer stadt wieder aus und jedes mal strömen die bösen diener der hölle herbei um sich an leid der sterblichen zu lahmen vampire entsetzliche kreaturen ich lasse nicht zu dass dieses land zusammenbricht bis zu meinem letzten atemzug werde ich england dienen und beschützen 1578 heute nacht stieß ich in einem kleinen dorf hoddesdon auf die erlesenste seele seit langer zeit sie sang für die toten sang für jene die sie gekannt und geliebt hatte dahingerafft von neuestem ausbruch der pest ohne um ihr eigenes leben zu fürchten ihre stimme rührte mich an also entschied ich sie leben zu lassen als lohn für ihre tugend und aus äußerst gottesfürchtige haltung bot ihr das ewige leben an ihr name ist elizabeth engelwood ich bin nicht mehr allein zusammen werden wir den kommenden äon gott in all seiner herrlichkeit preisen ok 1618 gebricht es das herz meine seele blutet heute nacht hat mich meine geliebte elizabeth verlassen ich habe sie alles gelehrt was ich wusste alles was sie wissen musste nun muss sie ihren eigenen weg durch das durch die zeitalter beschreiten so lautet ihr wunsch und diesen werde ich achten elizabeth engelwood meine liebe tochter ist fort denn ab sofort will sie elizabeth blackwood genannt werden ich habe ihr etwas versprochen sollte sie je nach hoddesdon zurückkehren wird sie mich dort finden als inhaber des bull inn das ihren eltern gehörte die sie starben jetzt da der schwarze tod besiegt ist will auch william marshall von zeit zu zeit verschwinden bis wir uns wiedersehen werde ich als william thorn auf die rückkehr meines engels warten warum 1665 der teufel ist wieder am werk die pest ist nun wieder da und rafft in london tausende dahin ich muss das bull inn verkaufen und mich dorthin begeben wieder einmal wird william marshall das land beschützen 1666 was habe ich getan ich habe mich vom teufel anstecken lassen gott vergib mir die entsetzliche kreatur die ich besiegen musste war ein dämon aus der hölle selbst eine fleischgewordene abscheulichkeit und apokalypse ich wusste das furchtbare wesen in der ich musste das furchtbare wesen in der st paul's cathedral einsperren und das gebäude in brand setzen ohne michaels rat hätte ich meinen feind wahrscheinlich nicht besiegen können die flammen reinigen die stadt von dämonen aber die hälfte londons brannte nieder seither träume ich von der roten flut vom blutvergießen und zorn es ist als ob das desaster mein blut ja sogar meine seele verdorben hätte zum ersten mal seit jahrtausenden fürchte ich mich ich werde in meinen unterstift zurückkehren und zu gott und zu gott um gnade für meine erkrankte seele beten 1667 elisabeth war bei mir sie sagte sie hätte meine pein gespürt und mich retten wollen meine arme tochter geblendet von zorn und vergiftet vom blut des hasses bis ich sie bis ich sie sie ergriff die flucht schockiert über mein verrat ich lachte und weinte während sie mich verfluchte gott ich habe dich verraten hast du mich verlassen 1712 meine gebete wurden erhört ich habe die kraft gefunden dem verlangen nach blut zu widerstehen dem niemals endenden hunger meine arme elisabeth wirst du mir je verzeihen ich habe gehört dass du nun tötest und dich mit deinem neuen abkommen am blutvergießen erfreust du bist hier das opfer was habe ich getan ich schwöre ich werde einen weg finden um wieder gut zu machen was ich dir angetan habe ich schwöre ich werde nicht ruhen bis ich weiß wie ich das blut des hasses besänftigen kann Alter das sind so viele informationen jetzt auf einmal am ende des spiels ne 1758 die bruderschaft von st paulus stola hat endlich zugestimmt sich in london mit mir zu treffen er hat ein treffen mit der neuen st paulus cathedral vorgeschlagen der geist und die ernsthaftigkeit die ernsthaftigkeit dieser männer gefallen mir wie symbolisch den ort zu wählen an dem ich dieses desaster besiegt habe und an dem ich gefallen bin ich habe ihren vorschlag zugestimmt dort in der heiligen stille der kirche und unter den augen gottes hörten sie mir respektvoll zu warum macht ihr denn immer pause das spiel ist komisch leute hörten sie mir respektvoll zu sie räumten meinen sieg über diese böse kreatur namens dus astro ein das einzige verlangen dieser sternenfresserin bestand darin tot und pestilenz zu verbreiten da sie anerkannten da sie anerkannten dass ich londons 1666 retten wollte durfte ich mein innerstes anliegen vortragen das blut des hasses aufzuhalten ihr primas versprach mir eine antwort diese bestand nur aus dem namen die tränen der engel ihm zufolge vermag dieses uralte rezept alles zu heilen es kann jede in der finsternis entlittene seele läutern und mein blut reinigen gepriesen sei der her seit über 100 jahren bin ich auf der suche nach einem heilmittel für das blut des hasses aber jetzt habe ich es vielleicht gefunden bald wird die wut ein ende haben bald kann ich das von mir begangene unrecht wiedergut machen und meine fehler berichtigen jetzt muss ich nur noch die nötigen zutaten für den krank beschaffen um ihn zubereiten zu können blut aus dem reinsten herzen gemischt mit dem blut eines königs solche seltene zutaten zu finden bereitet mir nicht die größte sorge die zeit arbeitet für mich der letzte teil ängstigt mich eine knoblauch essenz ich fürchte dass es wortwörtlich höllisch schmerzen wird wenn ich das gegenmittel trinke aber wenn das der preis ist den ich zahlen muss um meine seele zu läutern um meine fehler zu korrigieren bin ich willens diesen qualvollen schmerz zu ertragen habe ich schon gelesen noch so viel noch so viel noch so viel als sie wartete traute sich elizabeth endlich wieder verhalten zu mir was wie ich es ihr versprochen hatte hatte ich mich angekettet damit sie nicht damit sie auf keinen fall erneut angegriffen würde zuerst erkannte ich meine liebliche tochter nicht weil sie nun lady blackwood war die schreck alter warum macht er denn das was ist das für ein spiel die schreckliche herrin der finsternis die sich am töten und blutvergießen in frankreich erfreute sie grinste als sie weinend um entschuldigung für das bat was ich ihr angetan hatte sie schrie mich an als ich ihr zu erklären versuchte dass mein bisschen mit dem blut des hasses infiziert hatte das nun in ihren adern und ihrer seele loderte ich berichtete ihr dass ich eine heilmöglichkeit entdeckt hatte und mir die herstellung einer ampule des gegenmittels gelungen war ich überreichte sie ihr um ihr um ihr ihr vorheriges friedliches leben zurück zu geben im gegenzug bat sie bat ich sie nur sich um mich zu kümmern weil ich zur not gefesselt in meinem grab eingeschlossen bleiben wollte um mich nicht an irgendeinem sterblichen oder unsterblichen zu laben widerstrebend nahm sie die tränen der engel an sich und ging hoffentlich sehe ich sie bald wieder geheilt und mit sich im rhein 1794 sie ist endlich zu mir zurückgekehrt geheilt gesund fröhlich meine elisabeth sie erzählte mir dass sie das gegenmittel vor etwa einem jahr in frankreich eingenommen hatte nachdem sie ein vom blut des hasses verursachtes massaker an einem ganzen weisenhaus mit angesehen und sich selbst daran beteiligt hatte damals sei lady blackwood gestorben sagte sie sie versprach sich von nun an um mich zu kümmern um mehr bitte ich nicht während ich buße für all die seelen tue die meine mehrhundertjährige fahrlässigkeit verschuldet hat 1795 meine liebste tochter besucht mich besuchte mich letzte woche wieder um mir die frohe kunde zu überbringen sie habe sie hat vor kurzem ein schloss in schottland erworben schon bald wird sie die schloss krypta renovieren lassen sie soll mein neuer rückzugsort werden weil weit weg von versuchungen und den lauten überfüllten städten ich kann die abgeschiedenheit kaum erwarten und den frieden zu finden den ich benötige um nicht zu töten dort bitte gib mir die kraft auf der reise von london zu meinem neuen domizil alle verlangen zu widerstehen vor meiner abreise werde ich eine abschrift dieser memo der bruderschaft von st paulus dollar übergeben aber natürlich lasse ich die schändlichsten und sensibelsten stellen fort bald werde ich bald werde ich in london verlassen um buße zu tun dort werde ich mit unterstützung meiner zurückgekehrten elizabeth endlich frieden finden warte mal was das heißt lady ashbury ist diese elizabeth oder was das heißt das heißt das heißt Das war's für heute. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Gaution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, father. What took you so long, Jonathan? Is this... really him? Yes. This is William Marshall. First Earl of Pembroke. Servant of five mortal kings. Former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And... you called him father. For he gave me eternal life. And much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both. In this vault. I know not where to begin. We still have a few minutes left. Okay, then we... where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Okay. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary really. This is where I take care of my father. Ever since he became... unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Okay. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier. I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes. Yes. To end it. Once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman. Who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. Okay. I have destroyed the disaster. This creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more. And London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes. We did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. He appeared. That's how great a man William Marshall was. And still is. Danny is my Hase. Guten Morgen. What do you do for him? I visit him as often as possible. Or are you still there? I paint the landscapes he will never see again. I feed him. With my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon, who was not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury. And that's all I wish to be. Blackwood. I need to know more. I want to know who you really are. Where you were born. Where you lived. I was born Elizabeth Samantha Mary Englewood in 1551 in Hertfordshire. My parents owned a pub in Hodderston. Are you satisfied? Yeah. How can he say that? How did you meet William Marshall? He was an econ for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. So krank irgendwie alles, ne? Also... What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back. Like the newborn fool you were. We hardly know each other. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. Not always, Jonathan. I remember how you killed that poor nurse for blackmailing me. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Go on, Jonathan. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Bodicea. King Richard and Bodicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch for a beast so evil could endanger you and all those you care for. Also, we were taken again and again. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. Okay. How did you defeat it? We fought for hours. In the end I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze really. A sneeze held for so long you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience. Please, tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temperatures with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic Temple near Salisbury. A terrible place full of ghosts and pestilence. A terrible place full of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrigan? The queen. What about her? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I have no hope to discuss this in front of my sweet mother. Why? For a time, she too could hear the red song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Murdin, your maker? Only God is my maker. For he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Murdin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood? Yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her, too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet, Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn, owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I've failed. Do you? Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here then? Yes. Once I was sure she was cured. I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it would be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky. And all its stars. I'm not defeated. For I welcome the sword you bear. For it is mine. You were never defeated, my lord. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No. I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed. Champion of Murden. Chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this. I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I... I believe you. This is crazy, but... I believe you, Jonathan. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion bittersweet. You've found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber until, alas, she rises, woken by the hunger never fed. Okay. Ich muss sagen, das Ende war jetzt mal richtig Däbel mit Informationen. So, also das... Boah, das ist so vollgestopft mit Informationen, alter. Puh. Puh. Alter Schwede. Alter. Okay. Geiles Game. Cooles Story. Ich habe mich, äh, hin und wieder mal ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Also minimal. Ähm. Hm. Was steht da? Okay, ähm. Holy Chip. Holy Chip. Hahahaha. Hahahaha. Dennis schreibt, haha, fertig. Ja. Bin fertig. Jetzt, jetzt, ich habe ihn fertig. Ein Spiel abgeschlossen. Ich freue mich. Also, ich bin total glücklich. Nein, also, nein ohne Witz. Ähm. Peter Schwede. Geiles Game. Auch wenn ich mich aufregend bin. Manchmal bin ich ein bisschen melanchol... äh, melancholisch würde ich gerade sagen. Äh. Bin ich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, äh. Wie nennt man das denn? Ähm. Komm ich da nicht drauf? Oh Gott, jetzt komme ich nicht auf dieses Wort. Was ist Kinski denn? Meine Fresse. Gestern habe ich es noch benutzt, das Wort. Äh. Wie man sich so schnell aufregt. Nee, nicht melancholisch. Ich wollte gerade schon wieder melancholisch sagen. Das ist doch Quatsch. Wie heißt denn das? Ähm. Hey. Manchmal rege ich mich ein bisschen zu schnell auf, glaube ich. Ähm. 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 Aber das Spiel war gut. Die Story war gut. Das Gameplay war auch gut. Aber die Steuerung war scheiße. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Aber es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Das Spiel. Definitiv. Definitiv. Ähm. Da warte Elden Ring ab. Ja. Mach ich. Das ist auf. Boah. Da freue ich mich ja richtig drauf. Also. Da. Habe ich richtig Lust drauf. Thema Aufregung. Ich will die Bildschirme fliegen sehen. Hahaha. Nein. 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 Holerisch. Ich bin manchmal ein bisschen cholerisch. Jetzt habe ich es. Holerisch heißt das Wort. Gestern habe ich es noch gesagt. Der Kinski war doch immer so cholerisch. Und ich bin in diesem Spiel auch manchmal ein bisschen cholerisch gewesen. So ab und zu. Immer wieder. Psst. Aber ist nicht schlimm. Ah. Aber auf Elden Ring freue ich mich trotzdem. Mal sehen wie weit ich da komme. Da bin ich echt gespannt drauf. Auf Elden Ring. Alter Schwede. Das wird richtig. Richtig übel glaube ich. Fortgewandt ist der junge Mann ja. Manchmal schon. Manchmal schon. Dennis du kennst unsere Unterhaltung. Ja. Ja. Aber zurück zum Spiel. Habt ihr eine Einschätzung. Also so was ihr jetzt so gesehen habt. Wie fanden wir das denn. Also mir hat das Spiel trotzdem Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht so dass ich. Dass ich sagte das Spiel ist scheiße. Scheiße war. Dass ich das Spiel. Oder dass das Spiel. Ich glaube drei oder vier mal abgestürzt ist. Das. Das fand ich scheiße. Definitiv. Ähm. Aber der Rest war voll in Ordnung. Den Rest fand ich richtig gut. Die Steuerung hat mich aufgeregt. Aber sonst. War das Spiel echt gut. Das muss ich sagen. Also mit der Story haben sie. Keinen Mux betrieben fand ich. Fandet ihr das denn? Jemand eine Einschätzung vielleicht abgeben. Würde mich freuen. Warte mal einen Moment. Warte mal einen Moment. Warte mal einen Moment. O still. Jetzt habe ich aufgeregt. Warte mal einen Moment. Und dann kann ich wieder das noch mal in Ordnung. Das ist das Problem. Ja. Ich habe mich. Drei mal einen Moment. Das war schon mal. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich. war halt ein Story Game gibt heutzutage nicht mehr viele vernünftige da war noch ein wenig Liebe drin ja doch da gebe ich dir recht also auch zum Detail so ein bisschen das war auch ganz gut die Story war gut ausgearbeitet es gab gute und stabile Verbindungen zu den Charactern die da halt auch rumgelaufen sind ich glaube man hätte da noch mehr machen können aber ich weiß nicht ich bin kein Entwickler ich weiß nicht was man da hätte noch machen können oh Gott 8-5 scheiße ich werde müde aber trotzdem trotzdem ich fand ich fand das Spiel gut aber Dennis ich gebe dir trotzdem recht ich glaube ich glaube die haben nicht alles gegeben aber die haben viel gegeben die haben da echt Liebe reingesteckt definitiv unbedingt mehr von solchen Spielen finde ich der Kopf juckt Joana Wolska okay wir haben wir Marcin Przbiewiczki Grzegorz Przbis Anna Czericin ja da sind wir im polnischen polnische Version CDP SPSO Additional Programming keiner nein Shine Research Virtus Entertainment der Jerome Banal ganz allein ganz allein war der dabei ganz allein ganz allein oh der Abspann ist gleich vorbei meine Freunde ich verabschiede mich aus dem Gameplay aus dem Spiel ich sage danke fürs Zuschauen und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Spiel wieder und vor allem freue ich mich auf die seelische Unterstützung von euch Dankeschön und bis zum nächsten Game würde ich sagen Tschüss Tschüssinger Tschaußen und Eingehauen Tschüssinger 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 Tschüssinger